Im Moment suchen wir auch Mitarbeiter. Das ist immer ein großes Problem für uns, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Wir brauchen immer erfahrene Mitarbeiter fürs Feld, die leidenschaftlich in einem regenerativen Bauernhof arbeiten möchten. Alles händisch, bei jedem Wetter. Das ist vielleicht nicht für jeder, aber wenn man sieht, wie das Gemüse wächst, es macht wahnsinnig viel Spaß und auch auf der Wochenmarkt brauchen wir auch zeitnah eine Mitarbeiterin.